Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video heute in der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg und der dazugehörigen Challenge, dass wir heute ausnahmslos nur deutsche Spieler verpflichten dürfen. Kurz zu knapp, das war's dann eigentlich auch schon. Der Rest ergibt sich auf jeden Fall im Laufe dieses Videos. Wenn es euch gefällt, lasst super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar mit weiteren Video-Vorschlägen und um nichts mehr zu verpassen, auch super gerne kostenlos abonnieren. Noch ganz kurzes Ding, ich bin vom 12. bis 15. auf Mallorca am Ballermann. Ich treffe bisher immer so viele Leute von euch, solltet ihr zufällig auch da sein. Megapark, Bierkönig, Bambulejo, egal wo, sprecht mich super gerne an. Ja, ich bin immer froh, mit euch ein bisschen zu quatschen, gerne auch ein Bild zu machen. Also, keine Scheu, gerne ansprechen. Jetzt geht die Facecam weg, wir starten rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und hier sind wir dann auch direkt in der Karriere angekommen. Der ehemalige Trainer Marc van Bommel, den gibt es ja mittlerweile hier als offiziellen Trainer von Royal Anwerb. Beim VfL Wolfsburg hat es nicht funktioniert. Jetzt gehen wir also rein in eine zweite Runde. Und das bedeutet auch, der VfL aktuell in Bestbesetzung wie folgt, im 4-4-2 flach allerdings, und genau deshalb haben wir die Wölfe ausgewählt, ist dieser Kader unfassbar international. Ganz viele Nationalitäten, darunter aber auch ein paar deutsche Spieler bei uns. Also, es heißt entweder nicht Deutsche auf der Verkaufsliste, alle ausnahmslos oder eben Deutsche, mit denen wir jetzt nicht zwingend planen. Und darunter natürlich auch ein Matcher, ein Arnold, natürlich auch Stammspieler, denn es wird einen unfassbaren Umbruch geben. Ich hab richtig Bock, euch gefällt hoffentlich dieses Video und es wird einiges passieren. Und an der Stelle, wenn wir schon bei den Wölfen sind, gehen liebe Grüße raus an meinen Bro Patrick Wimmer. Wimsy, checkt ihn super gerne ab, folgt ihm auf Instagram, begleitet ihn auf seinem Weg. Der Junge ist mittlerweile, glaube ich, auch schon gute 4-5 Jahre Zuschauer. Damals über YouTube haben wir uns kennengelernt. Liebe Grüße gehen raus, jetzt heißt es unter anderem auch ihn hoffentlich verkaufen, sodass man dann eine Wunschliste voll mit deutschen Spielern packen kann, die uns zum einen natürlich voranbringen, also Qualität mitbringen, noch besseres Potenzial. Und irgendwann ist das Ziel, logischerweise auch die Champions League zu gewinnen. Es ist einiges passiert und natürlich haben wir größtenteils alle Spieler von der Verkaufsliste dann auch verkauft bekommen. Jiménez aus der Jugend, genauso auch Christensen, beide wechseln. Pervan zu Celtic, dann geht es weiter mit Wind zu den Spurs, Franjic zu Genua, Porto sichert sich die Dienste von Bonau, Lannes wechselt zu Pendigspor, Paredes dann also hier zu Lille, dann haben wir hier Fransch einmal zu Galatasaray, Matcher zu Valencia, Bialek hier zu Demerspor, Lacroix in die Serie A zu Juventus, Turin, Kastels zu den Bayern, Kaminski zum FC Getafe, wir haben Thomas dann jetzt, ist da drin, wir haben Walsch mit beim SV Werder Bremen und zu guter Letzt Ali bei Krajowa. Mit den Bayern gibt es dann auf der Torhüterposition eigentlich einen kleinen Tausch, nur dass wir halt im Gegenzug für die Ablösesumme von 2,5 Millionen, 20 Millionen mehr für Kuhn Kastels eingenommen haben. Wir spielen dann mit einer typischen Dreierkette in der Innenverteidigung, einmal Malik Jau, das ist der natürlich mit dem meisten Potenzial, aber auch mit dem schwächsten Rating. Emre Canc dank Positionwechsel von einer 82 auf eine 84, Niki Süle hat diese von vornherein, für den Flügel rechts haben wir dann Serge Gnabli, gleich mehr zur Formation, die ist sehr offensivlastig, das neue Zentrum von Ex-Volzburger Felix Metzger, der also eigentlich wieder auf seinen Bruder trifft, wenn wir den nicht verkauft hätten. Daneben haben wir Angelo Stiller, auch eher Shootingstar vom VfB Stuttgart, Kai Havertz ist auf dem linken Mittelfeld unterwegs, eigentlicher Zehner, ist aber eher auf links geplant, Bayer ist eigentlich Stürmer, bei uns rechter Flügel, Yusufa Moukoko ist unser Stürmer und der wird eben bedient von ehemaligen Mannschaftskameraden Karim Adeyemi aus der Dortmund-Zeit. Eine sehr unkonventionelle Formation im 3-4-3 flach, mit einer typischen Dreierkette, zwei Achtern, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, linker Flügel, rechter Flügel und eben auch noch einen Stürmer. Ich hoffe, der Co-Trainer lässt die Spieler dann auch so spielen, wie wir es eigentlich brauchen, bei Yusufa Moukoko haben wir bisher nur einen Einsatz, Hanno Behrens wollte ich schon sagen, Kevin Behrens natürlich, spielt hier öfter, ich bin am überlegen, ob ich hier vom Routinier lieber den Vertrag auflöse, ja, ich bin nicht nur am überlegen, sondern das machen wir auch, denn Yusufa Moukoko braucht Spielzeit und ansonsten, glaube ich, haben wir eine super Mannschaft. Wenn Stille und Matcher sich entwickeln, brauchen wir uns im Zentrum keine Gedanken machen. Anstelle von Knabry könnte man vielleicht irgendwann noch einen Sané holen, man könnte aber auch einen Goretzka noch fürs Mittelfeld holen, hinten noch einen Schlotterbeck und für die Torhüterposition ist es grundsätzlich schwierig, aber ich denke, wir werden nicht länger als drei, vier Jahre brauchen und dann ist logischerweise auch ein Marc-André-Testegen immer noch ein heißer Kandidat. Supermannschaft, auch der Jugendscout ist unterwegs, Entwicklungspläne sind überall on the top, genauso haben wir auslaufende Spielerverträge verlängert, alle Freigabesummen rausgenommen, sind ganz gut in die Saison gestartet, das seht ihr jetzt gleich im Hintergrund. Ja gut, gegen Heidenheim 3-2, vielleicht auch mehr oder weniger eine Pflichtaufgabe, genauso wie die Neuankömmlinge in der Bundesliga aus Kiel 3-1. Wir haben also die Teams zur ersten, zweiten und dritten Liga neu angepasst mit Auf- und Absteiger und deshalb heißt es Vollgas nach vorne, Liga und natürlich auch DFB-Pokar. Die Entwicklung unserer Spieler ist doch durchaus bemerkenswert, Neuer ist zwar runter, aber das war absehbar, Malik Chao auch nur plus eins, der hat wahrscheinlich auch nicht ganz so häufig gespielt, Canov mit 85, Süle haben wir dann auch noch, Adeyemi 87, Bayer 83, brutale Entwicklung hier, Havertz dann auch im Mittelfeld, der wechselt ja eigentlich sehr gerne mittlerweile, also nicht in der Realität, sondern hier bei uns, der hat nämlich eigentlich einen Wechsel gefordert, weil er viel zu selten spielt, aber wir haben den halt auch eben ganz spät erst dann als linken Mittelfeldspieler umtrainieren können. Eine Torvorlage bei Neuer, sechsmal die Null, dann haben wir die meisten Vorlage, Ben-Angelo Stiller mit neun, Adeyemi liefert auch neun Vorlagen, fünf Bayer, fünf auch Joachim Mehle, der recht häufig zum Einsatz kam, wahrscheinlich im linken Mittelfeld, anstelle von Kai Havertz, Gnabry auch noch vier, drei bei Matcher, das ist in Ordnung, würde ich behaupten, Bayer trifft 15 Mal, ist bester Torschütze, teilt sich aber tatsächlich das Ganze da oben recht identisch auf, mit Adeyemi 13 und 12 bei Moukoko, alles andere darunter seht ihr auch noch, also die Entwicklung ist wirklich verrückt, wir haben sieben bei Adeyemi, sieben auch bei Bayer, wir haben hier auch vereinzelt immer mal wieder drei mit dabei, also das kann es sich sehen lassen, es ist eine richtig geile Mannschaft, die glaube ich auch abgeliefert hat, genau so ist es, nächstes Jahr geht es für uns schon in die Champions League, Platz vier hinter Dortmund, Leipzig und den Bayern, mit 63 Punkten, vier Punkte Vorsprung auf die Eintracht aus Frankfurt und sechs Punkte Vorsprung auch auf Leverkusen, die vielleicht noch vor uns gesehen hätte, eigentlich, aber natürlich, ja, sage ich nicht nein und neben diesem vierten Platz, abgestiegen ist Kiel und Bochum, Heidener muss in die Relegation, Pauli sichert sich recht souverän, der Pokal geht nach Dortmund, zweite Runde für uns, die Einstiegsrunde gab es ein 2-2 und dann ein 5-3 zu unseren Gunsten im Elfmeterschießen gegen Gladbach, Runde drei gab es ein 3-1 über Viktoria Köln, dann verlieren wir leider knapp gegen den dann darauffolgenden Sieger, im Halbfinale gewinnt hier Dortmund in Freiburg, Leverkusen daheim gegen Mainz und dann eben hier Dortmund gegen die Bergself mit einem 2-0 im Olympiastadion. Jonathan Tarr ist unser erster Neuzugang und damit herzlich willkommen zum Auftakt der zweiten Spielzeit, wir werden in der Defensive ein bisschen was ändern, wir wollen natürlich hier schauen, dass wir das Nonplusultra rausholen, wir haben ja jetzt schon einen Niki Süle, mit dem will ich auch weitergehen, Jonathan Tarr kostet uns 45 Millionen mittlerweile nicht mehr in Leverkusen, sondern bei den Rochi Blancos, bei Atletico Madrid, das Geld zahlen wir, für den nächsten gibt es einen Tausch-Deal und da wird Emre Can dagegen gegeben, weil der eben der Älteste ist, wenn auch der Beste, aber trotzdem auf langfristige Sicht wahrscheinlich eher der, der ganz hinten in der Reihe steht und sein Neuzugang ist glaube ich der beste Innenverteidiger im Preis-Leistungs-Verhältnis, was das Alter, Rating und Potenzial angeht. Und da heißt es für uns, Tausch-Deal Emre Can, plus 22,5 Millionen, der eine kommt aus Dortmund, der andere kam aus Dortmund und geht dorthin wieder zurück, Nico Schlotterbeck also im Tausch und damit haben wir jetzt unsere Dreierkette eigentlich soweit komplett, wenn Malik Chao eben die Entwicklung nimmt, die er drauf hat. Ja, wir wollen natürlich auch da schauen, dass der Junge spielt, denn dann haben wir Süle, dann haben wir Schlotterbeck, dann haben wir natürlich auch noch hier einen Malik Chao, man könnte den Jan Aurel Bissig auch noch mit dazu holen. Ja, wir müssen einfach mal schauen, aber das wäre der Plan für die Dreierkette und fürs Mittelfeld gibt es vielleicht auch noch Pläne. Das kommt ganz drauf an, je nachdem, was das finanzielle Thema jetzt noch hergibt. Wir hatten nämlich 110 Millionen von vornherein. Wobei, Malik Chao stimmt ja gar nicht. Wir haben Schlotterbeck, wir haben Thar und wir haben Süle. Malik Chao hatte ich irgendwie ganz vergessen, aber ja gut, der könnte jetzt bei uns auf der Bankplatz nehmen oder wäre so ein Kandidat für eine Leier eventuell und genauso, ja, könnte man Joachim Mehle jetzt verkaufen, denn der macht eigentlich hier nur unnötig Probleme gegenüber Kai Havertz, denn der hat das Potenzial noch besser zu werden. Serge Gnabry weiß ich nicht, aber 84 ist ja auch top. Also wir stehen ganz gut da, aber es wird trotzdem noch ein bisschen was passieren. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was machen wir, ja. Es war ganz eng zwischen Leon Goretzka, zwischen einem Leroy Sané und zwischen Marc-André Ter Stegen und da wir natürlich Neuer jetzt dann immer noch im Hintergrund haben, der sich aber immer mehr und mehr verschlechtert, wie er das Geld noch hatten, will ich jetzt einfach direkt reingehen, ja. Er muss natürlich auf einiges an Gehalt verzichten, aber nach seiner Station damals in Skladbach, ja, wo er sein Profidebüge gegeben hat und von dort aus dann zu den Katalanen gewechselt ist, was ist denn hier bei uns im Büro los, ist jetzt auf jeden Fall Marc van Bommel, der Trainer von Marc-André Ter Stegen. Also, was habt ihr denn bitte alle für eine Frisur? Aber, naja, Ter Stegen ist der echte und der ist jetzt bei uns. Und damit haben wir Neuer jetzt natürlich als Backup, der wurde erstmal verdrängt und das wird auch so bleiben von Marc-André Ter Stegen. Wie gesagt, der Co-Trainer entscheidet, welcher Torhüter dann wirklich spielt. Wir haben Amorako, wir haben dann Becker, wir haben Pejinovic, wir haben Maier, Bröger und auch Fischer, heißt auch nur deutsche Spieler auf der Reservebank beziehungsweise auf der Auswechselbank und dann diese Mannschaft mit Ter Stegen, Süle, Taj, Lotti, wir haben Stiller zusammen mit Metscher, wir haben Gnabry rechts, Havertz links, Adeyemi vorne mit Moukoko und Bayer unverändert. Also, eine richtig geile Truppe, die ganzen Abgänge könnt ihr euch ja vorstellen, es waren ja auch ein paar Tauschstilzonen mit dabei und ansonsten ist das unser Kader, der nicht nur Bundesliga, nicht nur National spielt, also Bundesliga, DFB-Pokal, sondern natürlich auch international und das direkt in der international höchsten Spielklasse, die Champions League. Wir simulieren nach vorne, ich hole erst noch ganz kurz einen neuen Jugendscout und dann zeige ich euch natürlich die Gegner in der Champions League. Süle ist ausgeliehen, ja, ich glaube, da habe ich gerade den Leihdeal FC-Gruppe und die hat es wirklich in sich. Slavia-Prag ist natürlich der absolute Underdog und dann setze ich uns mit Real Sociedad auf Stufe, was die Zweitplatzierung in der Gruppe angeht, hinter dem FC Liverpool, wobei ich uns schon auch individuell vor Real Sociedad sehe. Zumindest ist das meine Hoffnung, aber ob es dann wirklich so wird, das können wir erst, ja, erfahren, wenn wir nach vorne simulieren und deshalb ist das auf jeden Fall der Plan in Richtung Januar, in Richtung Februar und, oh, ja, Mann, geil, Matcher auf die 84. Wir haben hinten drin, ah, kein Niki Süle, den habe ich von der Leih nicht mehr zurückgeholt, Moukoko aber auch hoch, ist schon wirklich richtig, richtig krank. Diese Mannschaft hat ganz viel Potenzial, jetzt schon und bei vielen auch leider schon ausgeschöpft, aber die wird uns noch sehr viel Freude bereiten. Darf ich vorstellen, Achtelfinalist aus Wolfsburg, aus der Bundesliga, sind wir die einzige Mannschaft, nee, Dortmund geht auf Platz 2 weiter, die Bayern auf Platz 1 und die Bayern, ja, das ist ganz interessant, wir haben Leipzig hier auch noch auf Platz 3, die ganz knapp, trotz besserer Tordifferenz, aber aufgrund, ja, nicht verloren oder nicht gewonnen im direkten Vergleich gegenüber Sporting hier ausscheiden. Die Bayern sind Erster, Benfica ist Zweiter und da wir Gruppensieger geworden sind mit insgesamt 10 Punkten, ihr seht die Ergebnisse rechts, 2-2, 1-1, 2-2, 0-0, 4-1 und dann nochmal 3-2, heißt es hier, im Achtelfinale treffen wir auf Benfica Lissabon und wie ich finde, auf eine absolut machbare Aufgabe. DFB-Pokal-Halbfinale sind wir mit dabei, Runde 2 haben wir hier gewonnen gegen Fürth, dann gab es ein 2-1 bei Halle, es gab ein 4-0 in Augsburg und somit auch noch nicht die ganz großen Brecher, das ändert sich jetzt mit Leipzig im Halbfinale und in der Bundesliga stehen wir auf Platz 3 und sind wieder auf Kurs Champions-League-Qualifikation auch fürs nächste Jahr. Im Estadio do es el Benfica wird es torreich, liegt das vielleicht auch an unserer Formation? Mag schon sein, denn wir kommen da ja wirklich mit gefühlt, ja, 4, 5, 6, 7 Offensiven, keine Ahnung, Bayer, Cabral, Havertz, Bayer, dann trifft nochmal Cabral und auch Yusufa Moukoko und das 4-2 bedeutet eine richtig gute Ausgangslage aus Lissabon für das Rückspiel in der Volkswagen Arena. Gehen wir einfach direkt auch hier jetzt zu Hause rein, Volkswagen Arena, Wolfsburg gegen Benfica Lissabon, es gibt ein 1-0, das torreiche Spiel mit 6 Treffern in Lissabon, wird hier mit einem nur 1-0 dann ja so ein bisschen getrübt, will ich einfach mal sagen. Wir haben hier Atletico Madrid, die nach einem 5-5 in der Gesamtwertung dann gegen Bergamo weiterkommen, auch weiter und damit im Viertelfinale ist Paris Sporting Lissabon, 5-2 gegen die Spurs gewonnen und hier kommt wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall mal Liverpool mit dazu, ich nehme auch City an, Real und dann vielleicht die Bayern, wer weiß. Also auf jeden Fall gibt es absolute Krache, aber auch noch mehr oder weniger so kleine Glückslose. Mal gucken, was es dann wird. Wir können ja einfach mal mit dabei bleiben, simulieren jetzt hier mal nach vorne an den 1. April. Spätestens dann sollte klar sein, auf wen wir treffen. Wir haben hier einen Unentschieden gegen Düsseldorf. In Bremen gibt es hoffentlich einen Dreier, genau so ist es, wenn auch knapp, nach einem 3-2 und dann müssten wir gleich im Kalender sehen, wer auf uns wartet. Es ist Manchester City. Okay, das ist ein absoluter Brecher. Wir nehmen noch ganz kurz den Pokal mit gegen Leipzig, verlieren da leider mit 3-2 und damit auch wieder die Chance, den DFB-Pokal zu gewinnen. Dafür schlagen wir Dortmund in der Liga und haben jetzt City vor der Brust. Champions League, Viertelfinale. Ein 1-2 in Wolfsburg. Kurz vor der Pause, direkt danach, 47. Erling Haaland, 73. Erling Haaland und wir kennen alle seinen Jubel damals noch aus Dortmund, als er so aufs Knie gegangen ist und in Wolfsburg in die Zuschauer gezeigt hat und dann, glaube ich, so ein verkleideter Grin... War das ein Grinch? Ich glaube schon. Irgendwie so den Mittelfinger gezeigt hat. Haaland also hier erneut mit der Revanche oder erneut mit der Provokation mehr oder weniger. Aber bei seiner Klasse lasse ich das auch mal über mich ergehen. Wir simulieren jetzt einfach mal an den 1. Juli. Bleiben auch hier dabei. 2-0 gegen den VfB. Es gibt insgesamt ein 5-2 gegen Manchester City, also eine 3-1-Niederlage im Etti hat und vielleicht damit im Verbund auch die Entlassung. Ich will es nicht hoffen, aber wir schlagen Union. Im Rhein-Energie-Stadion gibt es auch einen Sieg. Also ihr merkt mittlerweile, was bei uns national abgeht, ist meistens, wollte ich gerade sagen, ziemlich erfolgreich. Kassiert dann direkt Karma gegen Heidenheim und dann verlieren wir auch noch in Frankfurt und verlieren hinten raus die Kontrolle, aber hoffentlich nicht die Rang 1 bis 4 oder die Plätze 1 bis 4. Ne, nur die Vizemeisterschaft und sogar die Meisterschaft wäre vielleicht noch drin gewesen, aber Platz 3 und damit besser als im ersten Jahr. 76 Zähler, gut, Leverkusen, der erste Nicht-Champions-Sieg-Platz ist meilenweit entfernt mit uns Leipzig, Dortmund und Bayern. Das ist die gleiche Konstellation wie auch im Vorjahr, allerdings anders in der Reihenfolge. Der DFB-Pokal geht hier auch nach Leipzig, also Vierter und Pokalsieger, leider Gottes. Die Champions-Sieg gewinnt Real oder Manchester City. Gut, City hatte hier dann Atletico Real gewonnen gegen Paris Saint-Germain und hier haben wir Sporting gegen Atletico. Ja, das wäre so irgendwie mein Wunschgegner gewesen, aber man kann es sich eben nicht aussuchen. Da muss man jeden schlagen. Ja, bekannter Spruch, ist eine Phrase, aber die stimmt halt einfach auch und dann ist das unsere Mannschaft. Ey, aber wow, die ist aber wirklich geisteskrank. Also jetzt mal ganz ehrlich, Moukoko vielleicht noch auf die 85, dann haben wir die im Kollektiv. Ja, mein Lieblingswort, aber wir haben Bayer 88, Adeyemi 90, Havert 87, 85, auch bei Gnabry, hinten drin auch eine super defensive und Herr Stegen auch da. Also klar, es ist eine sehr offensive Formation, aber ich glaube, wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken, auch wenn es gegen City mit einem 5 zu 2 vielleicht ein bisschen deutlicher klang als es im Endeffekt war, sind wir auf jeden Fall komplett auf Augenhöhe. Wir sind voll da. Abgänge gibt es gar keine. Wir hatten 153 Millionen und das haben wir größtenteils ausgegeben für Spieler in der Kaderbreite. Ja, größtenteils ausgegeben, ja, in der Breite, nur für die Breite. Wir haben mit Jonas Urbeck unseren Ersatztorhüter 23 Millionen, warum auch immer der so teuer geworden ist. Bela Kotschab kam für 13 hier vom FC Southampton, Mario Götze also von Aston Villa 17,5. Dann haben wir Johnny Burkhardt als Backup-Stürmer für 31 Millionen, und Rian Gruder für 25 Millionen ans Backup-Flügel links und Backup-Flügel rechts und oder ebenfalls links ist Kevin Schade 6,7 Millionen und Kilian Fischer im Tausch, der gehen wollte und wir eben die Zufriedenheit unserer Spieler natürlich gewährleisten müssen, wenn das Manager-Rating ist im orangefarbenen Bereich. Von daher kann da jederzeit alles passieren. Der Stegen nochmal hoch auf eine 90. Wir haben eine Bombenmannschaft. Wir haben wieder die Champions League vor der Brust. Ich simuliere in Richtung Februar. Werde euch dann, wenn wir dort angekommen sind, rückblicken, natürlich die Champions League-Gruppe inklusive Endergebnisse mitteilen und dann auch schon ins Achtelfinale springen. Letztes Jahr haben wir da gewonnen. Da hatten wir Benfica Lissabon. Das war vielleicht auch so ein machbares Los, eine Pflichtaufgabe. Und dann eben geht es für uns in die nächste Runde. Hoffentlich Viertelfinale und dann auch weiter als im ersten Anlauf. Was bedeuten würde Halbfinale unter die letzten vier? Finale ist natürlich unser Ziel. Mal gucken, ob wir das direkt im zweiten Anlauf und insgesamt dritten Jahr dann auch schon erreicht bekommen. Wie ihr mich kennt, habe ich mal wieder die Gruppenphase vergessen, erst dazu zeigen. Das holen wir also jetzt zwischen Hin- und Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale auf und damit auch schon die Auflösung. Wir sind weitergekommen. Ich weiß nur noch nicht, ob als erster oder als zweiter City war der Gegner. Könnte sein, dass wir dann nur Gruppenzweiter geworden sind. Aber ich hoffe, uns gelingt die Revanche nach dem Scheitern letztes Jahr im Viertelfinale, jetzt dann schon im Achtelfinale. Es könnte aber auch eben früh Endstation sein. In der Volkswagen Arena gibt es aber einen Sieg im Hinspiel für uns. Gnabry trifft, dann Caboret, dann Kai Havertz. Das alles passiert in Binnen von 15 Minuten. Eine Viertelstunde inmitten der zweiten Hälfte reicht also für drei Tore und dann doch noch ein recht solides Spektakel zu unseren Gunsten. Heißt also, wir simulieren ein paar Wochen nach vorne, dann geht es ins Etihad. Aber vorher sehen wir noch die Champions-League-Gruppe, die vergangene Champions-League-Gruppe. Wir waren nur Gruppenzweiter. Auch wenn es denkbar knapp war, haben wir zum Auftakt daheim verloren gegen die Red Devils, gegen Manchester United, dann in Prag 3 zu 1 gewonnen. Silvia 1 zu 0 geschlagen im Hinspiel, 0 zu 0 im Rückspiel, dann gab es ein 3 zu 0 über Prag und ein Sieg auch im Old Trafford mit einem 1 zu 0. Allerdings hat da dann im direkten Vergleich trotz besserer Tordifferenz eben die mehr geschossenen Auswärtstore gezählt für Manchester United. Heißt also, wir haben, ja, wie gesagt, Manchester City, während hier die Monegassen auf Manchester United treffen und sogar das Hinspiel also daheim im Fürstentum mit 2 zu 1 gewonnen haben. Jetzt aber im Old Trafford wird das wahrscheinlich alles andere als ein Selbstläufer. Aber Monaco, falls sie weiterkommen und natürlich, falls wir weiterkommen, wäre auf jeden Fall ein ganz cooler Gegner. Genauso wie Leipzig, die völlig überraschend Real Madrid schlagen oder Aston Villa, die Inter schlagen. Also das wären vielleicht so ein paar Glückslose, in Anführungszeichen. Aber die Teams sind alle nicht zu Unrecht im Viertelfinale. Genauso auch sind wir nicht zu Unrecht im Viertelfinale. Torlos in Manchester, im Eti hat keine Torschützen bei drei Schüssen jeweils. Auf beiden Seiten plus drei Chancen, aber 50-50. Nicht nur die Ballbesitzquote, sondern die komplette Statistik und damit haben wir es also über die Bühne gebracht. City hätte nur ein Tor gebraucht, um das Hinspielergebnis zu egalisieren und damit die Verlängerung klar zu machen. Gelingt aber nicht. Wir haben eine stabile Defensive trotz sehr offensiver Ausrichtung, was die Formation angeht. Damit können wir zufrieden sein und stolz auf diese Truppe. Wir stehen wie im letzten Jahr im Viertelfinale. Da sind wir gescheitert an Manchester City, die jetzt wiederum im Achtelfinale an uns gescheitert sind. Wieder ein krasser Gegner. Nach Manchester City wartet der FC Barcelona. Wir sind leicht überlegen und machen das auch auf der Anzeigetafel bemerkbar. Es ist eine Frühführung durch Maxi Bayer, dann ist es Martinelli mit dem Ausgleich kurz vor der Pause und dann lange Funkstille. Bis zur 89. Spielminute. Der typische Lucky Punch ist da. Karim Adeyemi eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit gewinnen wir wie auch gegen Manchester City eine Runde zuvor. Das Hinspiel zu Hause mit 2 zu 1 und können hoffentlich im Camp Nou dann das Halbfinal-Ticket buchen und damit weiterkommen als noch im ersten Anlauf letzte Saison. 2 zu 2 wieder ein Unentschieden nach einem knappen Sieg im Hinspiel und es reicht für das Halbfinale. Davor war es ein 2 zu 1 in der Gesamtwertung und jetzt ein 4 zu 3. Es ist Rafinha und damit war alles wieder auf Null gesetzt. Dann Bayer aber mit der Führung. Martinelli egalisiert das wieder und dann Felix Matcher 71. Spielminute zum 2 zu 2 in dem letzten Treffer und damit mehr oder weniger zum Matchwinner auch wenn wir keinen Sieg holen. In der Gesamtwertung ist es einer und damit ein 4 zu 3 die letzten 4. Der VfL Wolfsburg ist mit dabei und sind wir vielleicht sogar bei den späteren Spielen mit dabei? Ja, sind wir. Das heißt, neben uns ist es Atletico Madrid die tatsächlich Monaco hier dann als Gegner hatten und die dann geschlagen haben nachdem Monaco unseren Gruppenersten aus der Gruppe ja geschlagen hat. Es ist Bayern es ist Atletico es ist Paris Saint-Germain die, oh mein Gott im Hinspiel noch 2 zu 2 spielen gegen Leipzig und dann einfach in der Red Bull Arena 5 zu 1 alles zerstören es gibt keinen einfachen Gegner mehr aber dürfte ich mir einen wünschen dann wäre es Atletico ganz ehrlich aber ich glaube es wird Paris was soll ich sagen ich wünsche mir Atletico dachte es wäre Paris und es werden dann die Bayern und damit das direkte deutsche Duell das damit schon mal nicht im Finale kommen kann und da bin ich eigentlich schon immer ein Fan davon natürlich in der Realität finde ich es grundsätzlich cool wenn es zwei deutsche Teams sind denn dann haben wir garantiert einen deutschen Sieger in der Königsklasse aber hier bin ich dann doch immer froh wenn ich gegen international andere Teams spielen darf und es sieht danach aus also zumindest wenn wir hier weiterkommen dann ist es nämlich garantiert Bayer frühe Führung Garnaccio mit dem Ausgleich und dann ist es Bayer auch in Minute 80 mit dem Siegtreffer und damit haben wir dreimal in der jeweiligen K.O. Phase das erste Spiel zu Hause und haben dreimal wirklich dreimal genau das gleiche Ergebnis gegen City gegen Barca und gegen Bayern ein 2 zu 1 dreimal identisches Ergebnis im Hinspiel dreimal gab es vielleicht jetzt dann auch ein Unentschieden im Rückspiel Allianz Arena nein wir gewinnen Havertz und Stiller und keine gelbe Karte keine verletzten Spieler und damit schöpfen wir dann normalerweise in wenigen Wochen aus den Vollen was natürlich hier den Kader angeht Paris hat das Hinspiel gegen Atletico 4 zu 2 gewonnen deren Werdegang schauen wir uns gleich dann nochmal genauer an vorher heißt es Fokus auf die Liga letzten Spiele Frankfurt und Heidenheim und dann haben wir ein Pokalfinale das wir bis dato ja zuvor noch nicht hatten ich hoffe dass die Jungs alle fit sind ich werde mich jetzt nochmal ganz kurz hier auf die Entwicklungspläne stürzen beziehungsweise vielmehr auf den Trainingsplan sodass dann alle Spieler hoffentlich auch fit sind das machen wir für alle dass wir auch auf der Kaderbreite natürlich ganz gut wechseln können bitte seid ihr alle fit habt ihr alle Bock ja genau so ist es Bestbesetzung erstmal noch gegen Leverkusen das könnte uns vielleicht nochmal ein Bein stellen und danach dann gegen Paris wir schauen ganz kurz auf den Werdegang hier wir wussten ja schon dass wir ein bisschen weiter gekommen sind wobei das das letzte Jahr glaube ich war in Gladbach gewonnen gewonnen gegen Bochum ein 3 zu 0 gegen Stuttgart ein 4 zu 0 in Dortmund und jetzt wartet also hier Leverkusen in der Liga ist es die Vizemeisterschaft also haben wir uns kontinuierlich tatsächlich verbessert mit 10 Unentschieden ein paar weniger davon und mehr Siege und wir werden Meister aber die Rechnung ist logischerweise viel zu leicht wir haben hier Paris Saint-Germain das wussten wir haben jetzt hier 7-2 Atletico geschlagen 7-3 Leipzig und in der ersten Runde gab es ein 4-1 über Fennam also die haben Bock auf Tore aber das haben auch wir und das verspricht natürlich ein richtig geiles Finale zu werden erstmal jetzt hier im DFB-Pokal hier wird dann natürlich nach vorne simulieren und ich hoffe keiner verletzt sich wir gewinnen 2 zu 1 Bayer-Führung Raffa-Ausgleich Gnappris-Siegtreffer zu Hause und 2 zu 1 wir da geben wir uns definitiv die Hand absolut Weltklasse der erste Titelgewinn Saison 1 4. Platz in der Liga Saison 2 3. Platz Saison 3 2. Platz und ich glaube im nächsten Jahr wäre die Meisterschaft dann hoffentlich fällig wir schauen noch ganz kurz auf die Statistik und 20 Spiele zu 0 bei Ter Stegen 4 Torvorlagen damit und damit ist tatsächlich hier auf Rang 6 komplett teamintern 5 Adeyemi aus Stillern Matcher 6 11 Harvards 14 Maxi Bayer mit 25 Toren auch hier und einer 93 im Gesamtrating alles zerstört heißt also insgesamt 39 Scorer in 51 Spielen das ist absolute Weltklasse 31 auch bei Harvards mit 20 Toren aus 50 Spielen 20 Moukoko aus 47 und 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 der absolute Wahnsinn also ich habe richtig Bock wir simulieren jetzt nach vorne und dann heißt es Finale und dann heißt es hoffentlich auch der Sieg in der Champions League der Double gewinnt inklusive Vizemeisterschaft es ist alles angerichtet Paris Saint-Germain wir schauen noch ganz kurz auf deren Mannschaft bevor wir in San Siro reingehen Donnarumma Lucas Hernandez Willkommen aus Mailand wir natürlich hier in unseren Trikots die Vereinsfarben grün und weiß das kann man hier absolut untereinander halten wollte ich sagen auseinander halten und unterscheiden das war ein Mix aus beidem irgendwie ich bin sehr gespannt wie wir gegen Kylian Mbappé verteidigen können wir müssen aber natürlich auch irgendwo die Entlastung für unsere Offensive finden oder für unsere Defensive indem wir sie offensiv entlasten erste Großschuss und leider vereiteln wir dieses Ding irgendwie mehr oder weniger selber denn der Ball von Havertz muss dann glaube ich eigensinnig aufs Tor kommen die Idee ist gut für Yusufa Moukoko aber der ist dann ja leider von David Alaba so ein bisschen abgelaufen worden aber die nächste Chance wartet direkt das ist Serge Napri diesmal der Abschluss und diesmal Donnarumma zum zweiten denn auch zuvor hat er den Rückpass dann von David Alaba auf jeden Fall verwerten können hier aber geht ein erstes Mal mit den Händen ran nächste Flanke Kopfball Süle ist aber nicht gefährlich sieben Minuten gespielt spektakulärer Auftakt und auf jeden Fall schon mal jetzt die Erkenntnis dass wir in der Offensive gefährlich werden können wenn wir das nachhaltig in diesem Spiel durchziehen dann sind wir auf einem super Weg dieses Ding gegen Paris auch zu gewinnen Fakt ist aber natürlich auch mit einer typischen Dreierkette und einer sehr offensiven Formation wird das hinten riskant ist alles schön und gut vorne haben wir die Trümpfe selbst in der Hand in der Defensive aber müssen wir echt gucken dass wir stabil stehen und deshalb meine ich ja auch wie vorhin schon mal ganz kurz gesagt die Entlastung in der eigenen Defensive durch unsere Offensive leichter gesagt als getan denn auch Paris findet jetzt ein bisschen besser ins Spiel und der erste Abschluss und das erste Tor 15. Minute gerade drüber gesprochen ich weiß nicht wer es ist es ist Leon Goretzka auch er war zwischenzeitlich ein Kandidat auf eine Verpflichtung bei uns Salre Emery bereitet vor Mbappé les durch und dann der schwache Linke aber super platziert mit ordentlich Schmackes und Herr Stegen ist geschlagen wer da aber gar keine Chance hat und dem logischerweise keine Schuld trifft und damit geht es wieder in die andere Richtung hoffentlich oder auch nicht Paris ist schon wieder da die jetzt leider richtig gut reinfinden aber egal noch ist gar nichts verloren und vor allem noch gar nichts entschieden auch wenn Mbappé wieder da ist vor allem in die Mitte abgefälscht das Ding im letzten Moment ganz wichtig hier haben wir Luis Henrique der natürlich über das 1 zu 0 sehr erfreut war aber hier hätte er gerne das zweite gehabt das ist ganz klar wer hätte das nicht gerne gehabt also wir logischerweise aber alle auf Pariser Seite jetzt geht es in die andere Richtung hier mit Karim Adeyemi der den Turbo zünden kann der da vorbeikommt aber im letzten Moment gestört wird ansonsten wäre das so eine Einzelaktion gewesen auf die wir ganz viel setzen ich glaube ähnlich bei Paris Saint-Germain mit Kylian Mbappé jetzt haben wir erstmal Ousmane Dembélé zuvor am Ball im letzten Moment aber Schlotti dazwischen und wenn wir dann die Mitte mitgenommen bekommen haben wir Überzahl kriegen wir aber leider nicht ganz so gut hin und 2 zu 0 was eine Bude Xavi Simmonds ich habe nicht kommentiert weil ich damit nicht gerechnet hatte 27. Minute PSG gibt das Tempo vor hier kommt der Ball und dann der Schuss Süle zu weit weg der blockt erstmal einen vermeintlichen Versuch aufs kurze Eck und dann ist Herr Stegen geschlagen den trifft Xavi Simmonds halt leider perfekt der schlägt hinten ein unhaltbar ein weiteres Mal für Mark Antritt Herr Stegen und jetzt Maxi Bayer mal auf eigene Faust und ganz klares Foul von David Alaba ist ein taktisches in der 29. Spielminute gibt es dann also die erste gelbe Karte im Spiel der Schiedsrichter entscheidet wie ich finde völlig zu Recht die rote Karte wäre glaube ich eins zu viel auch wenn er ganz klar zu spät kommt und nur von hinten rein ja okay weiß ich nicht also ich glaube sie hätten sich nicht beschweren dürfen gibt es hier die rote Karte jetzt aber gibt es vielleicht eine Chance für uns runter auf Havertz per Kopf Donnarumma ist da war aber leider zuvor abseits ja da haben wir jetzt die Lücke da ist die nächste Chance und wir verspielen es wieder Mann da ist das Selbstverständnis irgendwie nicht da wir hätten glaube ich in den ersten paar Minuten das Tor gebraucht um hier mit dem nötigen Rückenwind in der Offensive zu agieren jetzt kommt wieder mal Mbappé ja wir sind defensiv natürlich völlig überfordert weil wir halt eben alles gefühlt in die Offensive setzen jetzt aber mal die Idee ganz oben für Maxi Bayer aber der Ball ist leider viel zu steil viel zu weit und somit kein Problem für Paris Defensive und vor allem natürlich auch nicht für deren Nummer 1 Moukoko nächste Idee hier haben wir Matcher und jetzt muss mal ein Strahl her aber wieder auch Donnarumma guter Abschluss gut durchkombiniert wenn auch durch die Mitte irgendwie immer am wenigsten Gefahr dabei rauskommt also so erfahrungsgemäß gibt es diesen Eckball und wieder auch mal einen Kopfball von Niklas Hüle aber der kommt zwar immer ran hat dann danach aber gar keinen Plan wohin mit der Kugel einmal völlig ohne Bedrängnis links raus jetzt einmal völlig ohne Bedrängnis rechts raus und dann sind es halt leider ja nur vergebene Chancen aber die nächste Möglichkeit Maxi Bayer jetzt die Sufa Moukoko wir haben jetzt eine ganz gute Phase da müssen wir dranbleiben das ist aber abseits ja war aber deutlicher als es wahrscheinlich dann wirklich war denn ich glaube hier fehlt nicht ganz so viel dass wir noch unten auf der Linie sind ja also gut klar so ein guter Meter aber es sah finde ich auf den ersten Blick viel deutlicher aus oh nochmal Paris gut gemacht und jetzt eine Glanzplatz und das ist wahrscheinlich die Verhinderung der Vorentscheidung Ter Stegen da dreht sich ich glaube wieder Leon Goretzka im eigenen 5 Meter Raum bei uns gefühlt einmal um die eigene Achse der Abschluss kommt wir haben Glück steht nur 0-2 ist in der Höhe nicht verdient eine Führung ist in Ordnung ja die ist wirklich gerechtfertigt aber so ein 2-1 wäre glaube ich leistungsgerecht ist aber nicht so und von daher müssen wir Gas geben denn die Zeit tickt gegen uns und vor allem für Paris Saint-Germain steht 2-0 zur Pause im großen Champions-League-Finale und wir brauchen mehr Chancen wir müssen zwingender werden ja aber klar ist wenn wir vorne noch mehr riskieren dann heißt es in der Defensive auch noch mehr Anfälligkeit Jonathan Tarr wichtig ja denn mit diesem Tempoüberschuss den ein Kilian Mbappé logischerweise hat ist es alles andere als selbstverständlich solche Duelle hier zu gewinnen sie kommen nämlich schon wieder Xavi Simmonds Ball ist durch Mbappé und wieder Ter Stegen also das meine ich die werden weiter Chancen bekommen oh nein Eigentor 52. Minute und das ist maximal bitter es ist Xavi Simmonds der jubelt der anruft und sagen kann bei allen Vereinigten nee nicht Vereinigten sondern Beteiligten im Verein ich kann nicht mal mehr richtig reden ähm hier wir bringen den Henkelport nach Paris sein erstes Mal in der Vereinsgeschichte denn der Ball ist hier abgefälscht und dann kommt Niki Süle ganz komisch ran ich zeige euch das nochmal in der Wiederholung denn so seht ihr gar nicht die Entstehung hier kommt der Ball wir sind einfach nicht wirklich im Zweikampfabschluss Ter Stegen überragend und dann will ich ihn klären und er nimmt ihn warum auch immer erst noch an und durch die Annahme wird der Ball dann leider ins Tor katapultiert jetzt aber Adeyemi auf Moukoko das ist kein Abseits und den müssen wir jetzt zu Ende spielen rüber auf Bayer 3-1 Anschlusstreffer nur noch zwei Tore und wir haben noch mehr als eine halbe Stunde Zeit und deshalb keine Zeit zu verlieren Junge nicht jubeln und den Ball weiter geht's nächste Chance Angelo Stiller jetzt mit dem Rückenwind wir sind im gegnerischen 16er da ist keiner der uns angreift und dann der Abschluss Donnarumma bleibt aber stehen und pariert dieses Ding Adeyemi ja der könnte glaube ich demnächst dann auch raus ist nicht mehr bei 100% aber egal der hat mit seinem Tempo Möglichkeiten den Unterschied zu machen Havertz oh ein ganz klares Handspiel habt ihr das gesehen wenn wir hier Hand im 16er aktiviert hätten gäbe es hier Elfmeter aber das wird es auf der anderen Seite dann leider auch viel zu häufig geben ja da haben wir gar keine wirklichen Ergebnisse daraus dass das irgendwie ja recht selten vorkommt ne das ist nämlich nicht so das kommt leider viel zu häufig vor Angelo Stiller Maxi Bayer der Torschütze zum 3-1 ist hier im 16er wohin mit dem Ball auf Adeyemi Tor Ball ist drin ja ähnliches Bild bloß ist die Koproduktion diesmal andersrum vorhin Adeyemi auf Bayer jetzt Bayer auf Adeyemi das war aber natürlich auf gut Glück den Ball einfach mit Schmackes in die Mitte zu spielen und dann ist Cancelo zu weit weg Alaba und De Ligt haben da auch gar keine Absprache und ja dann ist der Ball drin Donnarumma ein zweites Mal geschlagen und wir haben 10 Minuten später das zweite Tor und somit noch ein bisschen was über 20 Minuten Zeit und wir haben jetzt unser Spiel gefunden so zumindest ist mein Gefühl das ist Moukoko eingesetzt von Bayer und dann ist es das 3-3 73. Spielminute oder sind wir schon knapp in der 74. gewesen ich weiß es nicht aber Moukoko knallt das Ding ins kurze Eck unhaltbar für Donnarumma also wir schaffen es jetzt übers Mittelfeld das Spiel in der eigenen Hälfte recht tief aufzubauen und dann die Außenbahnspieler mitzunehmen also auf der linken Seite Havertz rechts Serge Gnabry und die dann eben einmal über den kurzen Pass in die Mitte oder den direkten Pass auf den jeweils Außenspieler weiter vorne zu spielen auf dann Adeyemi oder Bayer und genau da bringen wir jetzt unsere gefährlichen Momente unter und das hat in der ersten Halbzeit größtenteils gefehlt die Defensive steht wir haben jetzt auch so ein bisschen das Spiel von Paris Saint-Germain herausgefunden die irgendwie immer eintönig spielen und immer das Ding auf Außen dann vorlegen aber da sind wir jetzt auch ganz gut in den Zweikämpfen das war wieder mal die nächste Annäherung wir sind zurück im Spiel nach zwischenzeitlichem 3 zu 0 Rückstand haben wir das Ding alles auf den Kopf gestellt und wieder alles auf Null und das meinte ich hier Ball vorgelegt aber jetzt sind wir da jetzt gehören auch uns die Zweikämpfe und wenn wir den Ball hier noch drüber bekommen dann ist es wieder mal genau dieses Außenbahnspiel was wir haben wollen Moukoko dann auf Matcher und ganz oben ist Adeyemi mit dabei aber Matheiste Licht macht die Wege auch mit zurück war vielleicht ein bisschen zu kompliziert hätte aber auch gut gehen können da die Möglichkeit was für eine Konterchance Paris hat einen eigenen Freistoß tief in unserer Hälfte Maxi Bayer Adeyemi nein Moukoko 4-3 der Mann trifft und wir drehen das Spiel komplett 3-0 Rückstand 4-3 jetzt die Führung 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit und natürlich musste da das Sweaty-Goal dann her alles auf Nummer sicher Marc van Wommel mit in der Spielermenge der Jubel der Foul Wolfsburg ja gut ich wollte gerade sagen der Block explodiert den ist nicht ganz so aber trotzdem wisst ihr was David natürlich gemeint ist Burkhardt kommt jetzt noch hier für Moukoko Bayer schaut rüber sieht den Mann und dann ist Donnarumma sogar noch richtig abwartend unterwegs und hat die Ecke schmeißt sich da noch mit allem was er hat rein aber da fehlt ein guter Meter das sah enger aus als es dann im Endeffekt war und damit haben wir jetzt auch das Wechselkontingent ausgeschöpft Mario Götze Brian Kruder Kevin Schade und Malik Chao plus natürlich jetzt Johnny Burkhardt sind neu in der Partie und wir sind einfach überragend das 3-0 war eigentlich die Vorentscheidung aber plötzlich haben wir hier alles raus und dann aber Snapstick-Einlage da gretz da einmal Stotterbeck um und dann Weltklasse-Tackling aber wieder gretzchen wir den eigenen Mann um und dann kommt der Pass durch und wir sind da und dann passt das zumindest geklärt auf Kosten eines Eckballs Mario Götze das ist die letzte Chance jetzt nach Eckball Xavi Simmonds heute auch schon Torschütze der Ball ist kurz der Ball ist zu kurz aber trotzdem noch die Chance für Paris Donnarumma rüber auf Zaire Emmerie und dann haben wir da nochmal die Möglichkeit ja nein Miklas Zühle wir sind deutlich drüber aber warum auch überhaupt noch die Chance Slapstick na Slapstick weil wir zweimal den eigenen Spieler umgrätschen und im dritten Anlauf dann leider den Gegner ich will mich hier nur in den Schuss reinwerfen das sieht eigentlich auch ganz gut aus Kangin Lee oh man wenn wir dieses Ding parieren dann haben wir die Champions League gewonnen es ist Kylian Mbappé gegen Marc André der ist Degen der ist Degen der ist Degen und das war es war es das? der Schiedsrichter hat abgepfiffen oder? ja der Schiedsrichter hat abgepfiffen was für ein Spektakel was für ein Ende wir gehen recht früh rüber aber das brauchen wir bei einem Spieler wie Mbappé der die Dinger ja reinweise problemlos und zu perfekt ins Eck haut man muss spekulieren richtig spekuliert Süle das Risiko hat sich gelohnt 30 Minuten oben drauf ich hab es schon kommen sehen ja aber wir gewinnen 4 zu 3 nach 3-0 Rückstand mit einem Elfmeter den wir dann noch parieren in der Nachspielzeit deutlich drüber spektakulärer geht's nicht solche Geschichten schreibt nur der Fußball Niklas Süle ist der Kapitän in der ersten Hälfte hab ich gedacht warum tue ich mir sowas an mit dieser Formation jetzt bin ich einfach richtig glücklich dass wir dieses Ding gewonnen haben nur mit deutschen Spielern inklusive Auswechselbank also zum Champions League Sieg das ist der absolute Wahnsinn da hat es unfassbar viel Spaß gemacht war mal wieder eine ja gesunde und ja wohlgekommene würde ich behaupten Abwechslung hier für uns in dieser Sprint zur Glory wenn es euch gefallen hat lasst super gerne einen Daumen nach oben da schreibt einen Kommentar und abonniert gerne kostenlos um nichts mehr zu verpassen das war es von mir macht's gut haut rein und ciao los